Hallo zusammen, heute gibt es mal wieder ein Bikeschätzle und zwar sind wir heute in Sassbach Walden und wir schauen mal, wie hier die Trails sind. Kommt doch mit! Tolle Mountainbike Trails, geniale Aussichten bis Frankreich, Schnaps und Wein drunnen, Urlaubsfeeling pur. Sassbach Walden liegt hier im Nordschwarzwald und ist ein prima Mountainbike und Endurogebiet. Erstmal geht es für uns bergauf, aber mit unseren E-Bikes ist es gar kein Problem. Die sechs Kilometer lange Abfahrt gehört zu einer der längsten Trail-Abfahrten in ganz Deutschland. Hier gibt es super angelegte Trails, für Mutige mit über 50 kleinen bis ganz großen Sprüngen, Anlegern, Wurzelpassagen und Felsblöcken. Man kann aber auch alles immer umfahren. Mit atemberaubenden Aussichten über die Rheinebene bis nach Frankreich ist Sassbach Walden oder Sasschwalle für jeden Mountainbiker muss. Und wo hat man am Ende vom Trail schon ein Wein und Schnapsbrunnen, wie hier am Trailende am Hotel Spinnerhof. Nicht schlecht, oder? Frohes Rutsch! Und wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns ein Like! Bis zum nächsten Mal!